ja und zu einer neuen folge unsere elften folge von clever wird der zweiten staffel in der letzten folge haben ja so ein bisschen mit dem clever geschrieben es wird leicht sag ich jetzt einfach mal ja ich schreibe jetzt einfach mal guten tag so weil jetzt haben wir okay okay der clever beantwortet mit guten abend ist natürlich weil wir haben gerade abend weil für mich ist der 22 zehnte immer noch ich nehme dieses video hat nach der zehnten folge aber ich nehme die gerade an einen tag auf mich ist nämlich gerade sonntag samstag es ist samstag nicht sonntag warum mache ich mir dann stress mit aufnehmen wir machen hier einfach weiter ich habe jetzt aber mal wie geht geht es dir lieber in zieler war wort ich habe auch mal lieber nirgendwo nirgendwo krepport ich bin zwar nicht klar wird aber so war nicht Prozent in Alain ja und ich bin Genie aber um und ich den erzeugt mich so blamieren weil ich den Fall schreibt Genie ich habe ich mich ob der so geschrieben wird oder nicht der juckt mich nicht kommen Leute schreibt es gerne ob in die Kommentare und Gini richtig geschrieben hat würde mich jetzt interessieren dann bist du nicht ist es ist nicht Aladin geht doch ich bin sogar 20 den Jupp wie alt du bist der ein nein ich bin also wirklich manchmal denke ich mir einfach bei diesen konversationen mit dem clever bett denke ich mir einfach nur so what the actual fuck ich schreibe a ja also a ja und der clever wird nein ich bin ein mädchen ich könnte so ausrasten manchmal bei diesen konversationen ich schwöre es euch was manchmal macht der typ mich einfach fertig ich hab jetzt aber cool wenn er jetzt schreibt dass ich ihm gesagt dass ich ein mädchen bin ich bin ich bin ich bin 16 alles klar ja stoppt aus dem nicht die erste 20 die 1 genau die 1 bis zu denn 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 ich bin oder die uhr die uhr da ok oder 20 nicht so alt wie du mental breakdown aber komplett er hätte da war das soll ich sein ernst also ich schlüsse ich die typ noch nicht fertig ne der macht nicht fertig okay wenn er jetzt wieder auf die alt ich bin naja los was los was zu groß 10 eine geschichte nein ganz stumm nein kleine keine kenne kleine denkt ja auch noch aus ich eben auch nicht abfällt ich habe tatsächlich eine frage was ist dein lieblings spiel mein kraft und teilen gespielt das haben wir das mit der was mir der was nichts nur mit der schweinheit natürlich der dann nö ich habe jetzt aber guckt eben was gut ja wahrscheinlich dichter wahrscheinlich nein 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 was machst du nichts außer mit dir schreiben sonst wirklich nichts ja der macht mich fertig ne ich bin jetzt was stopp nein abhoch leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da der klärenwort gibt mir einfach einen kompletten mental breakdown so dass ich nicht mal mehr richtig reden kann leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da schaut gerne bei der 12 folge vorbei oder schaut euch gerne die letzte folge an ja ich würde sagen drei bis zum nächsten mal bis zur zwölften folge bis zum nächsten mal bis denn bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten Vielen Dank.